Das hier ist der Salewa Outless Light mit Powertex Bergschuh. Salewa hat gesagt, ich soll den mal auseinander nehmen. Kein Problem. Das hier ist der Salewa Outless Light mit Powertex. Der Name verrät, es muss hochkomplex hergehen, sonst werden da ja nicht so viele Wörter und Buchstaben. Aber schauen wir uns kurz die Fakten dieses Schuhs an. Moment, vorweg Salewa. Eine kurze Frage, was soll das mit diesen ganzen Fantasiebegriffen? Habt ihr euch schon mal eure eigenen Produktseiten und den Reiter Eigenschaften angesehen? Wen wollt ihr damit beeindrucken? Ihr könntet ja diesen Bums ja hier auch einfach mal ganz handlich erklären. Na gut, die Fakten also. Der Outless Light mit Powertex wurde als technischer Bergschuh entwickelt. Steigeisener Aufnahme hinten ist da, vorne aber nicht. Also Kategorie C. Er kommt auf 1200 Gramm und das ist eine Sensation, denn damit schlägt er die ganzen Ultraleichthelden von Sportiva und Skapa. Denn der Equilibrium kommt immerhin auf 1290 Gramm, der Rebell auf 1360 Gramm. Ist das viel? Naja, es sind über 10 Prozent. Insofern, hm. Wir haben einmal einen Geröllschutz rundherum, was ihn für anspruchsvolle Bergton robust machen soll. Er hat einen kleinen verstärkten Bereich rund um den Knöchel, außerdem eine Pomoka-Sohle. Man verzichtet also auf Vibram und setzt auf die Schwesterfirma Pomoka, also eine Sohle um drei Ecken in-house produziert quasi. Beim Obermaterial wird es kompliziert. Wir haben einmal das Außenmaterial, das schust aus Nylon und wasserfest durch eine Powertex-Membran. Dann haben wir eine Gamasche aus Nylon-Polytylen-Mischgewebe, dann nochmal ein paar TPU-Strukturen außen und jede Menge Gummi. Klingt also alles irgendwie anders. Anders als die anderen Hersteller ihre ultraleichten Bergschuhe zumindest bisher zusammengeschustert haben. Doch dieses anders, das nehmen wir jetzt erstmal mit ins Gelände. Der Autlas ist vorne relativ breit, wird dann unten ziemlich schmal in der Mitte, das heißt quasi nichts für Senkfüße und hinten an der Ferse ist er wieder ziemlich kompakt. Das coole daran ist, er ist ja eigentlich wie ein Halbschuh, das coole daran ist, dass er, wenn die Ferse kompakt ist, die Ferse relativ schlecht rutschen kann und wenn Schuhe nicht so hoch sind, ist die Gefahr, dass man hinten rausrutscht, wenn man steil ansteigt, halt höher. Das wird hier halt ziemlich gut verhindert durch die ziemlich feste Fersenbox. Das einzige Problem, der einzige Nachteil, den ich bis jetzt sehe, ist die Tatsache ist ja dadurch, dass er als Halbschuh konzipiert ist, ist er sehr weich oben. Er kann ja hier oben keinen richtigen Schaft haben, deswegen hat er ja nur dieses kleine Klettband hier. Sie haben trotzdem diese Knöchelverstärkung, das heißt, hier nach oben zieht eine steife Knöchelverstärkung, hier innen hat man genau das gleiche und wenn man jetzt quasi mit dem Fuß auftritt, aber das Bein irgendwie anders ist, in einer anderen Position als der Fuß, dann drückt es, weil nicht der ganze Schaft einheitlich fest ist. Das ist mehr oder weniger ein Problem, ich habe für den Test jetzt diesen Schuh hier festgeschnürt und den anderen Schuh locker. Beim lockeren Schuh macht das nichts, weil sich das quasi wegbiegen kann. Beim festen, festgebundenen Schuh jetzt, biegt sich das nicht weg, hier bleibt alles stabil. Was bedeutet, hier nach vorne, maximalen Spielraum, hier in der Seite, geht so. Konsequenz ist, es drückt halt. Man kann den Schuh einfach lockerer binden als Lösung. Das Problem ist nur, wenn man jetzt Steigeisen hinten drauf hat, dann ziehen die natürlich den Schuh weiter runter, dann geht lockeres Binden wieder nicht. Das muss man einfach wissen. Von der Verarbeitungsqualität von Saliva erwarte ich nichts anderes als absolut einwandfreie Verarbeitungsqualität und deswegen, weil einfach bei allen Schuhen so von ihnen durchgezogen wird und ich deshalb das auch erwarte. Von Marken wie La Sportiva oder Skapa erwarte ich einwandfreie Verarbeitungsqualität mittlerweile nicht mehr, weil das gibt man halt einfach irgendwann auf. Saliva hat aber da eine gewisse positive Geschichte und deswegen darf man das auch erwarten. Es ist aber auch wieder genau so. Es ist einwandfrei verklebt. Es gibt keine Stellen, die etwas wegstehen, keine Stellen, die offen sind. Alles ist exakt plan. Alles ist genau da, wo es hingehört. Es gibt keine Stelle, wo ich sagen würde, ja irgendwie sieht das jetzt komisch aus. Ist das sicher, dass das so gehört und so weiter. Da gibt es einfach nichts. Und egal, ob man sich dabei die Sohle, die Verklebungen hier, die Zwischensohle anschaut. Es ist überall ein einwandfrei, robust gebauter Schuh. Aber auch hier außen, das Nylon-Material ist solide, sauber verarbeitet. Hier ist alles sauber vernäht, verklebt. Da kann man überhaupt nichts sagen. Und deswegen können wir das Kapitel auch relativ schnell abschließen. Man muss es aber auf jeden Fall als Pluspunkt unterstreichen, dass das hier wirklich sehr, sehr gut ist. Wir können uns doch schnell die Schnürung anschauen. Saliva sagt selber, das ist was ganz Besonderes, weil wir hier die Schnürung sehr weit vorne haben. Das stimmt. Im Vergleich zum Equilibrium oder auch zum Rebell, also den direkten Konkurrenten vom Schuh, ist die Schnürung sehr weit vorne angesetzt und sehr eng. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist dieser Klettverschluss? Der Klettverschluss ist notwendig, dass man den verschließt. Wenn man den nicht verschließt, dann ist der ganze Schuh, fühlt sich komisch an. Also wenn man den anhat, dann stimmt das einfach nicht. Das liegt zum einen daran, weil man hier dann einfach zu viel Material hat. Und zum anderen aber auch, dass das hier von der Teil dieser Zunge sozusagen relativ hart ist und der Teil hier ziemlich weich. Das heißt, wenn ich das Ding offen habe und nach vorne drücke beim Bergauf gehen, dann drücke ich auf der einen Seite gegen den doch eher harten Rand und auf der anderen Seite gegen so ein softes Material. Das fühlt sich einfach komisch an. Deswegen, wenn das hier nicht zugeht oder sich komisch anfühlt, wenn es zugeht und man ein schlechtes Gefühl hat, dann ist der Schuh einfach nichts für einen. Generell, breite Knöchel, breite Waden. Ihr seht, der Einstieg in den Schuh ist gar nicht mal so groß. Also mein Handgelenk passt gerade so rein. Das ist gewöhnungsbedürftig und definitiv nichts für sehr sehr dicke Unterschenkel. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn dieses Fitting-System für dich jetzt persönlich passen würde, sehen wir jetzt hier noch die Schnürung, die nicht allzu weit nach oben geht. Was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis heißt das, der Schuh ist eigentlich in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung ein Halbschuh. Sowas wie ein TX4 oder ein Saliva Mountain Trainer, wenn man jetzt in dieser Low-Version, wenn man da jetzt mal bleiben will. Es ist ein Halbschuh. Denn wie gesagt, die Verstärkung, die ist hier nur an den Seiten, innen und außen. Hier nach vorne hast du keinerlei Stabilität, keinerlei Stütze. Das wird alles nur über die Schnürung aufgebaut. Das musst du bedenken. Das ist etwas, was man wissen sollte, denn der Equilibrium beispielsweise hat auch mit der steifen Zunge noch mal ein bisschen mehr Unterstützung im oberen Schaftbereich. Und auch der Rebell hat da definitiv mehr Unterstützung. Er ist insofern ja auch kein richtiger Halbschuh, weil er eben diese Knöchelverstärkung noch hat. Aber im Bewegungsspielraum ist er ein Halbschuh. Und dass er dann einfach ohne echte Gamasche auskommt, das hier ist keine echte Gamasche, das ist einfach nur so die Idee hinter einer Gamasche, aber hat jetzt nichts mit einer echten Gamasche zu tun. Eine Sache, die ich im Vergleich jetzt zum Equilibrium auf jeden Fall noch loswerden muss, ist definitiv der Heelaufbau. Der ist ja beim Equilibrium sehr, wie formuliert man das jetzt freundlich, aufdringlich. Der hat ja wirklich einen unfassbar hohen Gummistollen drunter. Ich habe schon einige Bilder auf Reddit und auch Bilder, die mir zugeschickt worden sind, gesehen von Leuten, denen diese Dinge abbrechen. Ich verweise auf mein Video über den Equilibrium, in dem ich genau das vorhergesagt habe. Und ich bin überhaupt nicht stolz darauf, dass ich das vorhergesehen habe. Es ist eigentlich einfach schade. Saliba macht das nichts. Saliba hat ein ganz normales Profil. Ganz normal. Hinten minimal höher als vorne. Und damit hat sich die Sache gegessen. Auch die Steigeisenaufnahme, die beim Equilibrium absolute Katastrophe ist, funktioniert hier gut. Denn wir haben hier überall eine gleichmäßig, gleichermaßen hohe Kante. Wir haben hier keine komischen Stollen, die hier wegstehen. Das alles macht Sinn. Und deswegen ist dieser Schub tatsächlich auch deutlich besser für die Steigeisenaufnahme geeignet, als ein Equilibrium. Ein kleines Detail, ein wirklich sehr kleines Detail ist... Sieht man hier einen Unterschied? Große Preisfrage. Was ist der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Schuh? Richtig. Das hier. Das fehlt hier nicht, sondern hier gibt's die Loop Pocket. Loop Pocket. Ganz wichtig. Das ist ein Detail, von dem weiß ich jetzt schon. Das hat sich irgendjemand ausgedacht in der Designabteilung, der sich dachte, wir müssen das irgendwie speziell gestalten. Wir müssen da irgendwie was besonderes machen. Wir können jetzt hier nicht einfach nur eine Schlaufe machen, damit wir eine Einstiegshilfe haben. Sondern wir machen da irgendwas cooles draus. Weil die Leute könnten ja mit ihren Steigeisen dann hier theoretisch hängen bleiben. Eine Sache, die nicht passiert. Aber egal. Ist ja auch okay. Haben sie halt hier so eine Loop Pocket gemacht. Ich finde dieses Detail einfach lustig. Ich wollte es deswegen erwähnt haben. Es ist absolut nicht sinnvoll. Aber es ist sehr, sehr lustig. Also, dass man an solche Sachen denkt. Jetzt noch einen negativen Punkt. Einen komischen Punkt anmerken. Und ich finde ihn deshalb negativ, weil es unnötig war. Sie werben ja, also Saliba wirbt ja mit dieser 3F-Technik. Mit der man quasi den Schuh perfekt an den eigenen Fuß anpassen können soll. Wir schauen uns einfach mal die Schnürung hier nochmal oben an. Wir haben hier einen Hook. Der ist vernietet. Einfach vernietet. Und jeder normale Mensch würde jetzt einfach sagen, ich hänge den jetzt hier ein. Fertig. Fertig. Richtig. Wie machen wir das auf der Innenseite? Ich habe hier einen Hook. Oh. Ich habe hier gar keinen Hook. Hm. Doof. Ich habe hier einen kompletten Verschluss. Ich kann quasi einmal das Ding hier rausziehen. Und dann hier einmal komplett durch eine Metallöse durchfädeln. Aber das ist halt eine Öse. Keine Haken. Warum? 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 Ich versuche das hier nochmal kurz im Detail zu zeigen. Es ist halt. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn man sich den Schuh anzieht. Dann wird man merken. Das nervt hier total. Das nervt total. Ich möchte hier einfach so einen Hook haben wie hier. Ich verstehe nicht warum man das so gemacht hat. Es hat überhaupt keinen praktischen Nutzen. Es hilft nicht dabei, dass der Schuh besser hält. Ich verstehe das nicht. Das ist übrigens kein Produktionsfehler. Das ist auf der anderen Seite genauso. Das ist schon gewollt so. Ich weiß nur nicht warum. Zum Flex, wie das Salewa nennt. Ich dachte ja immer, Flex gibt es nur bei Skischuhen. Aber nein. Flex gibt es mittlerweile ja auch bei Bergschuhen. Zumindest sagt Salewa das. Und mit Flex meinen sie eben, wie sich dieser Schuh halt so herumbiegt. Und er biegt sich ziemlich viel. Also, und er biegt sich ziemlich gut. Dafür, dass er in Kategorie C Schuh ist, ist das sehr, sehr weich. Er ist hier weich. Also quasi man hat einen Flex, wenn man abrollen möchte. Abrollverhalten hat man früher dazu gesagt. Aber man hat einen relativ steifen Vorfuß. Ich finde es auch interessant, dass man genau hier an dieser Stelle dann nochmal die separate Einstellung vornehmen kann. Das heißt, man kann ihn recht präzise einstellen und man kann damit auch ganz gut klettern. Weil er vorne eben so steif ist. Aber hier in der Mitte biegt er sich trotzdem relativ viel durch. Jetzt ist der Punkt natürlich, dass ich dadurch, dass er vorne steif und in der Mitte aber weich ist, zwar relativ sicher ansteigen kann. Der Schuh biegt sich mir nicht weg auf einem Tritt. Aber der ganze Fuß braucht trotzdem eine extrem hohe Eigenspannung, um das zu halten. Das heißt, es ändert sich im Vergleich dazu, wenn zum Beispiel hier vorne auch weich wäre, nicht so viel. Es braucht trotzdem die hohe Eigenspannung im Fuß, um den Fuß in der entsprechenden Position zu halten. Es ist nicht wie bei einem Kategorie D-Schuh, dass man quasi vorne ansteigt und im Prinzip die Eigenstabilität des Schuhs den ganzen Fuß mehr oder weniger dazu zwingt, stabil zu stehen. Das ist hier einfach nicht so. Ihr seht, der sieht ein bisschen speziell aus. Also die Form sollte darauf andeuten, dass es einen hohen Rist hat. Vorne ist er aber ziemlich flach. Ich kann also sagen, für flache Füße ist er definitiv gedacht. Die Schnürung hier vorne, generell die Schuhform, dadurch, dass er so weich ist, passt sich sehr weit nach hinten noch an. Diese Optik, dass er relativ hoch hier verläuft, ist tatsächlich nichts anderes als Optik. Und dadurch, dass er eben generell an allen Stellen, vor allen Dingen aber eben an der Zunge sehr weich gebaut ist, kann man den noch sehr, sehr gut anpassen. Dämpfungsverhalten ist übrigens, ich habe es beim Equilibrium schon gesagt, es macht nicht so einen großen Unterschied. Dieses Abdämpfen ist ganz normal und genauso ist es hier auch. Er ist nicht super weich, er ist nicht super hart, es ist nicht wie ein Zustiegsschuh, dass du minimale Dämpfung hast, du hast viel Dämpfung drin, es ist gut. Kommen wir zum Preis. Der UVP des nicht ganz so schicken Italieners liegt bei 300 Euro. Wer glaubt, dass das viel Geld ist, täuscht sich aber, denn die Konkurrenten sind alle ein Stück teurer. Also bei Skaba um 50 Euro teurer, bei La Sportiva um 30 Euro teurer. Dafür, dass er neu erschienen ist, kann man mal klatschen. Womit wir auch zum Fazit kommen können. Der Salewa Autless Light mit Powertex, komm ich nenne das Ding jetzt einfach Autless, er findet das Rad nicht neu. Das muss er aber auch gar nicht. Salewa muss nur anschauen, was die Konkurrenz in den letzten Jahren eben so verkackt hat und dafür gibt es ja mehr als genug. Was man aber nicht unter den Tisch fallen lassen kann, auch der Autless hat natürlich seine Ultralight Schwächen. Je weicher und flexibler ein Schuh, umso weniger ist er für die Ewigkeit ausgelegt. Ganz einfach, daran änderst du auch mit keinem neu erfundenen Fachbegriff der Welt irgendwas. Sein Einsatzgebiet ist da ebenfalls halt relativ dünn. Für Wanderungen ist er too much, für anspruchsvolle Hochtouren, vor allem in sehr hohen Lagen zu dünn. Leichte Hochtouren oder eben schwere Bergtouren, bei denen mehr Stabilität oder auch etwas Klett angefragt ist, da kann er dann eben seine Stärke ausspielen. Für Bergtouren, bei denen keinerlei Steigeisen notwendig sind, sehe ich ihn aber nur bedingt, weil da gibt es dann eben letztlich auch bequemere Modelle als Alternative. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, der Salewa Autless ist, wenn er einem von der Form her passt, ein ziemlich bequemer Bergschuh. Aber eben ein Bergschuh, kein Zustiegsschuh, kein Wanderschuh, ein Bergschuh. Die Beschreibung mit dem technischen Bergsteigen passt also ganz gut und dabei schlägt er sich auch ziemlich gut. Die ganzen technologischen Komponenten, die einem einfach leider keiner erklärt, die sind am Ende des Tages vielleicht, vielleicht aber auch nicht mehr oder weniger nützlich. Alles in allem tut er aber, was er soll und das genauso, wie man es sich von einem alternativen Schuh wie dem Equilibrium oder dem Rebell oder sonst irgendeinem anderen Schuh erwarten würde. Also macht er seine Sache ganz geil. In diesem Sinne, wenn euch der Testbericht heute gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir auch bitte in die Kommentare, ob ihr eigentlich das Design vom Salewa Autless schöner findet als vom Rebell oder vom Equilibrium oder von den Alternativmodellen von Lowa und Hanwag und Schießmichtod, weil ich finde den gar nicht mal so schön. In diesem Sinne wünsche ich euch bis zum nächsten Mal wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.